Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Nachdem wir wieder einen Krieg mitten in Europa haben, beschäftigt sich der ein oder andere von euch wieder so ein bisschen mehr mit dem Thema Notfunk bzw. Off-Grid-Kommunikation. Zwangsläufig stolpert man da irgendwann über den Begriff Winlink. So hat zum Beispiel Polen im Februar zwei neue Winlink-Server bereitgestellt für die ukrainischen Funkamateure. Doch was ist Winlink überhaupt? Darüber habe ich einen Vortrag gemacht, der knapp eine Stunde dauert und wir schauen uns heute mal den allerersten Abschnitt, einen Ausschnitt aus diesem Vortrag an und es geht um die Grundlagen. Sprich, was ist Winlink überhaupt? Was kann man damit machen? Wie funktioniert das? Welche Hard- und welche Software benötigt man für den Einstieg? Los geht's! Starten wir zunächst einmal mit einer Übersicht und klären, was ist Winlink überhaupt? Nun, Winlink ist ein weltweites Computernetzwerk für Funkamateure zum Versand von E-Mails und das war's dann eigentlich auch schon, denn hiermit kann man eigentlich nur E-Mails versenden. Wären da nicht zwei Besonderheiten. Der E-Mail-Versand geht nicht nur über das Internet, sondern auch über die Kurzwelle und das Netzwerk ist mit einigen Zusatzdiensten ausgestattet. Schauen wir uns die Dienste mal genauer an. Da haben wir als ganz großen Bereich sicherlich den reinen E-Mail-Versand, zum Beispiel mit einer ganz klassischen E-Mail, also einer Textnachricht, die kann netzintern versendet werden, aber auch zum Beispiel raus ins Internet bzw. vom Internet in das Winlink-Netzwerk rein. Dann gibt es die Möglichkeit, Dateien anzuhängen bis 132 KB Größe. Bitte bedenkt, es handelt sich hierbei um ein Netzwerk, bei dem auch Daten per Kurzwelle übertragen werden. Das heißt, große Dateianhänge, die sind hier nicht möglich. Dann kann man Positionsmeldungen absetzen. Da kann man Wetterdaten mit hinzufügen und es gibt auch eine APRS-Anbindung, das heißt, so eine Positionsmeldung, die taucht dann nachher auch auf APRS-FI zum Beispiel auf. Dann gibt es Templates. Das sind spezielle Formulare, die man auch selber anlegen kann. Es gibt einen Editor dafür und so kann man sicherstellen, dass zum Beispiel ein Nutzer bei einer bestimmten Nachricht auch bestimmte Informationen mitgibt, einfach weil man die in dieses Formular schon mit direkt zur Auswahl reinträgt und auch als verpflichtend macht. Dann gibt es Kataloganfragen. Kann man sich so vorstellen wie so ein Warenhauskatalog. Das heißt, man hat bestimmte Dienste, kann sich da im Katalog etwas auswählen, sendet eine Anfrage raus und bekommt dann automatisch eine Antwort, zum Beispiel ebenfalls mit Wetterdaten oder auch mit aktuellen Nachrichten per PDF dann zugeschickt. Ja, zu guter Letzt gibt es hier die sogenannten GRIP-Abfragen. GRIP ist ein Format für Wetterdaten aus der Schifffahrt. Da kann man eben sich solche GRIP-Anfragen dann auch über das Netzwerk zukommen lassen und die dann auch anzeigen lassen. Ja, dann gibt es darüber hinaus neben diesem E-Mail-Dienst auch noch einen Telnet-Dienst. Das heißt, hier so einen ganz klassischen Terminal-Zugang, wo man also Buchstabe für Buchstabe tippt und übermittelt. Das ist aber etwas, was so gut wie nicht mehr genutzt wird. Ja, gucken wir uns die Entwicklung mal an. Da sieht man auch, woher man kommt und woher dieser Telnet-Zugang, dieser Terminal-Zugang kommt. Das Ganze beginnt schon in den frühen 80ern mit Uplink, steht für Amtour Packet Link, wo man eben über das System über Funk auf MS-DOS-Mailboxen, also Terminal per Terminal zugreifen konnte. In den späten 80ern kommt dann Winlink Classic. Das ist im Prinzip die Windows-Version dieses Terminal-Zugriffs. In den 90ern dann Netlink. Da ist zum ersten Mal dann E-Mail-Versand möglich. Und ein ganz wichtiges Programm war Ende der 1990er Jahre das Programm AirMail, das ebenfalls ein E-Mail-Programm war, das aber diverse Standards gesetzt hat für die Übertragung auf der Kurzwelle. In den frühen 2000ern entsteht dann das Winlink 2000-Netzwerk, ein verbessertes Netzwerk eben zum Austausch dieser E-Mail-Dienstnachrichten. Und um das auch weiterhin betreiben zu können, wird Mitte der 2000er die Amateur Radio Safety Foundation als Dachorganisation gegründet, die das Netzwerk auch bis heute betreibt und auch die Kosten natürlich trägt und natürlich ein bisschen auch auf Spenden und Ähnliches angewiesen ist. Ende der 2000er kommt dann die wichtigste Software RMS Express, die heute Winlink Express heißt, als Standard-E-Mail-Programm, als Standard-Zugriffsprogramm für das Winlink-Netzwerk. Anfang der 2010er Jahre will man sich dann ein bisschen unabhängiger machen, das Netzwerk auch stärker rüsten für den Katastrophenfall. Da entsteht das Winlink Hybrid-Netzwerk für einen vom Internet unabhängigen Betrieb. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Ende der 2010er, also vor ein paar Jahren, erfolgt dann der Wechsel von fünf eigenen Message-Servern, die man betreibt, zu Amazon. Die haben ja eine große Cloud, Amazon Web Service und dort wird der Dienst, der zentrale Dienst im Moment gehostet. Ja, schauen wir uns die Netzstruktur und auch die Funktion an. Geht mal davon aus, wir sitzen mitten irgendwo in der Pampa im Wald und wollen jetzt mit kleinem QFP-Gerät und improvisierter Antenne mal so eine E-Mail übertragen zu unserem Kumpel in der Stadt. Wie machen wir das? Nun, zunächst einmal müssen wir da zugreifen auf sogenannte Radio Message Server. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Repeater, die dann auch angebunden sind an das restliche Netz via Internet und die kann ich anfunken. Das mache ich jetzt hier einfach mal. Das heißt, aus dem Wald raus funke ich zu einem solchen RMS und der wiederum ist dann ans Internet angebunden und dann mit der Amazon Cloud verbunden und dorthin schickt der jetzt quasi übers Internet meine Daten, meine E-Mail. Gleichzeitig wird das Ganze auch noch gebackupt. Es gibt noch einen eigenen CMS-Server, der auch betrieben wird vom Winlink-Netzwerk. Der wird dann genutzt, falls diese Cloud nicht mehr funktionieren soll, damit man immer noch so ein Backup hat. Ja, wenn ich jetzt in der Stadt sitze und das Ganze abrufen möchte, dann kann ich mich ebenfalls hier per Funk dann wieder auf einen RMS verbinden. Der fragt dann in der Cloud nach, gibt es da was und das Ganze wird entsprechend zurückgesendet, sodass ich dann die E-Mail bekomme. Wenn man das Ganze sich nochmal in der Übersicht anschaut, dann sieht das also so aus. Wir haben zwischen den Nutzern und dem RMS die klassische Funktechnik und von RMS zu CMS, da wird das Internet benutzt. Ja, ganz wichtig sind also diese RMS-Einstiegspunkte. Ihr seht hier nebenan mal eine Karte der Verteilung in Europa und wenn wir uns hier mal schauen, wie viele gibt es denn hier weltweit, dann müssen wir so ein bisschen schauen, welche Betriebsart wird denn angeboten. Es gibt verschiedene Betriebsarten, da gehen wir dann im kommenden Video noch ein bisschen genauer drauf ein. Und da ist im Moment sicherlich absolut führend, Vara HF. Das ist eine Softwarelösung, da gibt es 190 Einstiegspunkte weltweit. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber bitte bedenkt, der Zugriff erfolgt ja über Kurzwelle. Das heißt, wir können problemlos auch größere Distanzen überbrücken. Dann gibt es noch Ardop. Das bietet 170 Einstiegspunkte. Auch das eine Softwarelösung. Im Gegensatz zu Paktor, da gibt es 150 Einstiegspunkte. Das ist eine Hardwarelösung. Das heißt, da muss man erst ein kommerzielles Paktor-Modem kaufen. Kostet um die 1000 Euro der Spaß. Ja, zu guter Letzt sollte man noch erwähnen Robust Packet. Das ist eine Packet-Variante über Kurzwelle, aber das ist nur so ein Außenseiter. Da gibt es nur 10 Einstiegspunkte. Ebenfalls, zumindest hier in Europa, ein Außenseiter ist Vara FM. Das bietet die Möglichkeit, breitbandig auf 10 Meter, 2,70 Meter auf das Netzwerk zuzugreifen. Es gibt 250 Einstiegspunkte, die aber fast alle in den USA liegen. Hier ist das noch nicht so weit verbreitet, wobei ich mir hoffe, dass das sich vielleicht noch ändert. Hier muss man natürlich das Netz dann auch etwas dichter weben, wenn man das machen möchte. Und deswegen schauen wir uns noch mal ganz kurz die Unterschiede zwischen HF und VF-UHF an. In der Übersicht bei der Kurzwelle habe ich natürlich eine globale Abdeckung. Ich habe Betriebsarten wie Paktor, Vara, HF, Ardorp, Winmore. Es ist allerdings langsam mit Übertragungsraten von maximal 5 Kilobit pro Sekunde und die habe ich auch nur, wenn die Verbindung dann wirklich gut ist. Dafür habe ich aber auch eine gewisse Autarkie. Ich kann auch einen Radio-Only-Betrieb machen, also auch ohne das Internet das Ganze nutzen. Zum Zugang braucht man ein Kurzwellenfunkgerät mit Interface und Computer. Das zeige ich euch aber gleich auch noch. Ja, wenn man sich das VF-UHF anschaut, dann haben wir hier die Abdeckung natürlich nur lokal mit Digipeater. Das ist auch möglich hier. Es ist auch regional dann möglich und als Betriebsarten stehen hier Vara FM und das klassische Packet eben zur Verfügung. Riesenvorteil ist hier natürlich, wir haben hier bis zu 10 Mbit-Übertragungsraten. Wir sind also deutlich schneller unterwegs, wenn wir das nutzen. Nachteil der ganzen Geschichte ist, hier ist zwingend das Internet notwendig, denn einen Radio-Only-Betrieb gibt es hier noch nicht. Ganz einfach auch, weil da natürlich eine gewisse Abdeckung zwingend notwendig ist, damit man eben auch sich gegenseitig erreicht. Das Schöne daran ist, das Ganze kann man auch nutzen mit dem Handfunkgerät. Es gibt noch wenige Handfunkgeräte, die das können. Das Kenbo zum Beispiel, THD74, das hat da die Möglichkeit, sowas anzubieten. Ja, kommen wir jetzt zu dem bereits angesprochenen Radio-Only-Betrieb, das heißt ROWN, Radio-Only Winlink Network, das heißt das glaube ich abgekürzt. Und da gehen wir einfach mal davon aus, ich möchte jetzt darauf zugreifen, auf das Netz, aber der RMS, den ich erreichen kann, der ist nicht mehr mit dem Internet verbunden, zum Beispiel durch eine Hochwasserkatastrophe, durch einen Krieg, durch sonst irgendwas. Ja, was kann jetzt passieren? Nun, der geht in den sogenannten Radio-Only-Betrieb und ich kann trotzdem dem meine Nachricht übermitteln. Sobald er die dann bekommen hat, sobald die Leitung quasi wieder frei ist, versucht der dann per Funk einen anderen RMS direkt zu erreichen, der zum Beispiel dann noch ans Internet angebunden ist und dann geht das Ganze wieder seinen Weg in die Amazon Cloud, auf den Backup-Server und jemand Drittes kann sich das dann hier entsprechend auch abholen. Ja, neben diesem Radio-Only-Betrieb gibt es noch zwei andere Sachen, die wir ansprechen müssen. Es gibt zum einen den Peer-to-Peer-Betrieb, das ist der Betrieb rein zwischen zwei Nutzern. Hier wird also komplett auf die Radio-Message-Server und die danach liegende oder dahinter liegende Internetstruktur verzichtet. Das heißt, ich kann direkt jemand anderes anfunken, kann dem Nachrichten übermitteln, kann dem auch Dateien übermitteln. Es ist sogar ein Chat möglich, wenn man Ware nutzt. Da gehen wir vielleicht in einem gesonderten Video irgendwann mal drauf ein. Und so kann ich das Ganze hier machen und kann mich gegenseitig dann hier anfunken auf einer Frequenz, die ich mir frei aussuchen kann. Und so kann man sich direkt austauschen, auch ohne jetzt hier auf die Netzstruktur zuzugreifen. Ja, und zu guter Letzt muss man ansprechen, das Telnet-Protokoll und den klassischen E-Mail-Zugang. Das heißt, ich kann auch aus Winlink-Express heraus komplett ohne Funktechnik arbeiten. Das heißt, ich kann mich also über Winlink-Express, über die Software direkt zum Beispiel mit dem CMS, der Amazon Cloud, verbinden und Nachrichten dahin schicken und jemand anders bekommt die dann auch entsprechend weitergeleitet. Genauso ist aber auch der umgekehrte Weg möglich. Jemand, der überhaupt kein Winlink-Nutzer ist, kein Winlink-Express nutzt, sondern nur ein klassisches E-Mail-Programm hat, der kann ebenfalls Nachrichten direkt an die Amazon Cloud senden und die werden dann an einen Winlink-Nutzer weitergeleitet. Deswegen schauen wir uns jetzt zum Abschluss nochmal die Adressierung an. Wie funktioniert das Ganze denn? Nun, hier haben wir zunächst einmal den netzinternen Betrieb. Also wenn ich zum Beispiel einen anderen Winlink-Nutzer anschreiben möchte, dann kann ich innerhalb des Netzwerks einfach sein Rufzeichen zur Adressierung nutzen. Das heißt, ich gebe dann als Empfänger einfach DL2ART ein und sende meine Nachricht raus. Wenn jetzt jemand aus dem Winlink-Netzwerk in das normale Internet raussenden möchte, dann kann er dafür ganz einfach die klassische E-Mail-Adresse des Nutzers verwenden. Hier Marionette zum Beispiel at gmx.de, einfach das eintragen, raussenden über das Winlink-Netzwerk und das wird dann an die normale Inbox des Nutzers weitergeleitet im klassischen Internet. Es ist aber auch umgekehrt möglich. Das heißt, aus dem klassischen Internet heraus kann man direkt an Winlink-Nutzer E-Mails senden. Dazu nutzt man einfach das Rufzeichen des Nutzers, also DL2ART und hängt hinten dran at winlink.org und dann wird das weitergeleitet. Ganz wichtig ist, es gibt hier einen Spam-Schutz und da gibt es zwei Möglichkeiten, den zu umgehen. Die erste Möglichkeit ist das sogenannte Whitelisting. Dazu muss erst der Winlink-Nutzer an den Internet-Nutzer eine E-Mail schicken und wenn man das einmal gemacht hat, wenn man also einmal von Winlink zu einem bestimmten Internet-Nutzer geschickt hat, eine E-Mail, dann wird der automatisch, kommt er auf eine Whitelist und E-Mails gehen automatisch dann durch. Oder umgekehrt, der umgekehrte Weg, wenn man aus dem Internet etwas ins Winlink-Netzwerk senden möchte, dann muss im Betreff stehen slash slash WL2K. Das muss da immer davor stehen. Ansonsten wird die Nachricht nicht weitergeleitet an den Winlink-Nutzer. Das ist einfach ein klassischer Spam-Schutz. Aber das Beste ist, Freunde direkt zu Whitelisten, indem man die einmal kurz per E-Mail anschreibt. Gehen wir zum Abschluss des Videos auch nochmal auf die benötigte Hard- und Software ein. Zunächst einmal braucht ihr natürlich ein Funkgerät. Im Normalfall ist das ein klassisches Kurzwellenfunkgerät, denn das meiste läuft hier über die Kurzwelle ab. Es geht aber auch ein VHF, UHF-Transziver oder ein Handfunkgerät mit Daten-Modem-Funktion. Hier dann zum Beispiel für Wara FM oder Packet. Das Funkgerät kann ruhig ein QRP-Gerät sein. Das ist sicherlich für den Off-Grid-Portabelbetrieb völlig ausreichend. Empfehlenswert ist natürlich aber ein 100-Watt-Stationsgerät, denn da hat man ein bisschen mehr Power, kommt ein bisschen weiter und es ist alles ein bisschen einfacher und stabiler. Auf jeden Fall muss eine Cut- und eine Audioschnittstelle vorhanden sein. Normalerweise würde ich sagen, hier bei den modernen Geräten ist ein eingebautes Interface sicherlich ratsam. Wer das nicht hat, weil er zum Beispiel ein älteres Gerät hat, der muss sich dann eben noch ein Interface kaufen oder anschaffen. Das Interface ist die Audio-Verbindung zwischen Transziver und Funkgerät. Wie gesagt, bei den meisten modernen Funkgeräten ist das schon eingebaut. Geht über USB-Kabel genauso wie auch die Cut-Steuerung. Alternativ kann man es aber sicherlich auch kaufen. Signal-Link, USB-Micro-Ham DXP habe ich ja hier schon diverse vorgestellt. Oder eben selber bauen, da dann natürlich auf die Entkopplung achten. Eine Sonderstellung unter den Interfaces nimmt sicherlich das Paktor-Modem ein. Das ist einerseits Interface, andererseits bietet es euch Zugriff auf das Paktor-Protokoll. Das ist sehr, sehr gut, sehr schnell, sehr stabil, aber es ist schon ein bisschen älter und relativ teuer. So ein Paktor-Modem roundabout 1000 Euro. Der Computer selber, da sind die Anforderungen eigentlich recht gering. Wenn man Software-Betriebsarten wie zum Beispiel Vara oder Adop nutzt, dann braucht man ein bisschen Rechenpower, damit da im Hintergrund alles kodiert werden kann rechtzeitig. Für Paktor ist das nicht unbedingt notwendig, aber insgesamt sind die Hardware-Anforderungen eigentlich relativ gering. Was die Betriebssysteme angeht, in der Regel kann man sagen Windows 7 oder neuer, meistens Windows 8 oder neuer. Es gibt auch Lösungen für Linux, Mac OS oder Android, aber da ist der Funktionsumfang der Software dann nachher so ein bisschen eingeschränkt. Ja, für den Off-Grid-Betrieb, also wenn ihr das unterwegs nutzen wollt, im Katastrophenfall nutzen wollt, solltet ihr achten auf eine gute Antenne mit einem guten Signal-to-Noise-Ratio, also Deepwolle zum Beispiel. Die Antenne sollte schmalbandig sein, resonant sein, einfach um hier Störungen auszuschließen und wirklich eine gute Datenübertragung hinzubekommen. Da irgendwas Langdrahtmäßiges an einem 1 zu 49 U nun ist sicherlich nicht so die optimale Lösung. Ja, dann solltet ihr natürlich einen Akku haben. Klar, moderne die FEPO4-Akkus am besten mit 20 Ampere-Stunden aufwärts. Das ist sicherlich nötig und wenn man es länger Betrieb machen will, dann ist sicherlich auch ein Solar-Panel, da habe ich auch schon mal was vorgestellt, eine sinnvolle Ergänzung, damit man eben wirklich Off-Grid arbeiten kann. Zu guter Letzt sicherlich ebenfalls noch empfehlenswert in dem Zusammenhang eine GPS-Maus oder einen GPS-USB-Stick, wie den oben abgebildeten, denn dann kann man problemlos auch diese GPS-Positionsmeldungen nutzen. Kommen wir dann zur Software. Die Software, da gibt es unterschiedlichste Programme für den eigentlichen Betrieb. Ihr seht hier mal eine Übersicht. Wenn wir einen Blick werfen, mal in die letzte Zeile, seht ihr die Betriebssysteme. Das ist Windows 8 in der Regel, Windows 95, dann gibt es Pad für Linux und macOS, genauso wie Packlink, das unter Linux läuft und für Android gibt es noch W-O-A-D. Aber wenn wir jetzt mal in die Mitte schauen und auf den Funktionsumfang schauen, dann stellt ihr fest, die volle Leistung, die bekommt man eigentlich nur mit WinLink Express und deswegen ist das auch primär so ein Windows-Programm. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einem macOS Pad nutzt, dann gibt es Abstriche. Zum Beispiel kann man dann kein Wara nutzen und hat keinen Radio-Only-Betrieb. Forms und Catalog funktionieren nicht. Ja, zu WinLink Express ist zu sagen, das ist meiner Meinung nach das de facto Standardprogramm für das WinLink-Netzwerk. Es ist gestartet 2009 als RMS Express. Die aktuelle Version ist die 1620 vom 24.03. diesen Jahres und herunterladen könnt ihr das unter downloads.winlink.org. Ist absolut kostenlos, aber auch hier gibt es die Möglichkeit, freiwillig das zu registrieren, eine kleine Summe zu zahlen und damit natürlich auch den Betrieb des Netzes zu unterstützen. Ähnlich sieht das auch aus bei Wara. Das solltet ihr euch auf jeden Fall auch runterladen. Ist meiner Meinung nach derzeit die beste Lösung für WinLink. Das ist ein Software-Modem im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu Paktor, das eine Hardware-Lösung ist für das WinLink-Netzwerk. Das wurde 2017 entwickelt von José Alberto Nieto R.O.S. und das ist in der aktuellen Version 4.6.1 ebenfalls vom 24.03. verfügbar unter rosmodem.wordpress.com. Auch das, wie gesagt, eine kostenlose Software. Die ist im Standard schon sehr, sehr gut. Wenn ihr die volle Leistung aber haben wollt, dann müsst ihr einen kleinen Obolus hier bezahlen. Auch das sicherlich, um die Entwicklung zu unterstützen. Eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ja, zu guter Letzt gibt es dann noch SciGrip, über das man sprechen muss. Das ist eines der wenigen kostenlosen Anzeigeprogramme für Grip-Wetterkarten. Wenn ihr keine Grip-Wetterkarten nutzen wollt, und das für euch uninteressant ist, ihr seht hier rechts mal ein Beispiel, dann kann man sich das komplett sparen. Leider ist bei diesem Grip-Format, das ja in der Seefahrt auch genutzt wird, ist es so, dass es die meisten Programme kommerziell in der Natur sind und teilweise richtig teuer. Die aktuelle Version ist hier schon ein bisschen älter, aus dem Jahre 2016 und runterladen könnt ihr das unter SciGrip.org. So, an dieser Stelle machen wir dann einen Break und weiter geht's im nächsten Video. Da geht's dann darum, wie installiere ich all die Komponenten, die ich brauche, wie richte ich das Ganze ein und wie kann ich meine erste E-Mail auf den Weg bringen. Ja, wenn euch dieses Video hier schon gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne könnt ihr mir auch, wenn ihr da unten seid, einen Daumen nach oben dalassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt das Video weiter, damit sich hier mehr Leute sich über Winlink informieren und vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr eben die kommenden Videos zum Thema nicht verpasst. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.